Braucht um Bier ein Grund ein er braucht auf jeden Fall mehr das ist jetzt Reaktor-Kraft das hat mich annehmen Rotary-Kraft Katarik funktioniert und mit Goranium ne ich den mit Schorn die braucht 262.000 das heißt noch da ist keine Ahnung wie vielfache wir hatten glaube ich nochmal eine wir hatten noch diese andere Maschine ja normalerweise wir können ja gerne eine Mikroturbine nehmen die wäre viel schneller ja der Video meinte wir so eine ordentlich zu betreiben zwei Mikroturbine und ich weiß dass wir Magnatmatik Engine hatten das weiß ich noch ja und dann hatten wir noch CVT-Unit genau ja wenn du jetzt sehr umstellt kann es sein dass die ihn explodiert ich sag die Geerbox Prozent kann es sein hier noch hochgereiht hast oder ja das habe ich nicht kann es sein wie wär's erstmal wenn du versuchst nur eine anzuschließen weil ich gerade eine angeschlossen hatte und das zu wenig war ja wie einer angeschlossen hat du schließt euch jetzt hier drei Zentrifugen an ja und? ja wenn du erstmal versuchst eine zu betreiben ja dann versuch ich, ich baue mal ein CVT-Unit ja dann versuch he 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 was dann wer für die? mach was du willst, lass mich in Frieden ja, wird doch schon passen mach was du willst, lass mich in Frieden bad ähm, da haben wir auch nix, nein fliegen wir fliegen wir äh und dann läuft nicht mal so ach äh, das heißt, wir haben jetzt schon 4M wieder umgebaut, nein, oder? na doch wir werden gerade auch wieder wir werden, dass erstmal eine läuft ähm das ist schon magnetisiert ich taugiere auf Speed ja, Speed musst du jetzt hinterfogen haben aber du wirst eine auch nicht so zum Laufen kriegen, es war einfach ja, geht auch nicht wie viel braucht die Speed? äh, 100, neben vielleicht gesagt das ist gar nicht mehr für dich gesagt aufgepasst, du müsstest was machst? du musst diese Bedrock-Dings da noch machen für was tust du? für die CVD-Unit so hola 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 ja, ich hab ja hola 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 ah, okay, da können wir gleich 4 aus so, dann haben wir das auch und dabei noch hier das Green Cocktail und den Mist so viel Mist im Inventa und dann einmal hier die von Theonet und gut äh, fuck, davon haben wir nichts mehr 2323, gehts jetzt aus ähm Jonas bajust du mal kurz aus ich bin mal kurz weg hier ich bin mal kurz weg hier ich bin mal kurz weg hier ich musste gerade jemanden bannen auf einem anderen Server ähm, CVT Unit bannen auf einem anderen Server? ja, was die von meinem Neffen auf dem Server da? achso er hat mir gerade angerufen, dass da Stress geht gut äh, ich wollte CVT Unit reinbauen du rupst hier alles wieder, Quatsch alles weg hier du rein? ich brauche noch ein paar Belt Belt, ja was fehlt? ah, gehst du wohl oder nicht? ich kann auch mal machen, wer macht's jeder fehlt da organisiert ich lieg drüben bei den Quillen einen einmal labrücken, Muradoc ja, komm einmal labrücken ich hole die die hier gut, genau sieht schon dann einfach was ist jetzt los? 16-fach, okay, mehr geht ähm nach Hause nach Hause nach Hause ich kann eigentlich auch nicht direkt zur f... wir hatten hier glaube ich noch eine 16er, äh danach noch, gell? danach noch eine 16er Gearbox ja, aber da wär gescheit wenn ich meinen Bedrock nehme bei den normalen, die ich für dir nehme ja 16... hat man das? 16x4 oder sind wir, gell? oder ne? ne, ich glaub ja ein Doppelpunkt 16 Doppelpunkt es gibt nur 16 zu 1 ja, mein ich auch dazu brauchst du dann halt noch Betrochium irgendwas ja, Hustler und Betrochium ja, die EMT, Schafts und die Zahnreiter ja, Betrochium ach, weiterhängt Betrochium mit Tee Schafts hast du ja noch, oder was? na, ich schmeiß grad immer weh äh, an den Ecken, okay an den Ecken ähm Goody Goody so eine Produktion läuft 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 bei uns läuft bei uns? läuft bei dir? Junge, läuft! ah, da können wir schon 8 draus das ist eh nicht so schlecht so, in der 16e brauchen wir zwei davon dann aha, okay ich hab's wieder muschum vorsichtshalber abgeschaltet ha genau so dann ja gut neuerdings und die Schaft und die Schaft nein was nein ich mach jetzt wieder Betroch-Tast und Schaft er war so nacht bad rockpast ähm, so das genügt, Junge was genügt was genügt warte, schau dazu das genügt nach einer Maschine kein Strom äh, ich wusste das selber äh, mit, äh, mit Bedrock wusste ich was mit Bedrock so ein bisschen mal ein bisschen abgab dass das so, äh, dass das so dass das so aufgebaut wird also, ähm, schaft, äh ja, dass das so aufgebaut wird das wussten wir einfach auch nicht wir haben das auch erst dann sag's mal gelernt 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 nennt er's können doch jetzt ja immer noch nix ja, echt nur ein, einmal Labrikant ist deine Labrikantproduktion immer dabei ja, Madoc macht das schon dumm ja, Madoc macht das schon, äh ja, dann kann man hier auch 32 sagen dann die langsam starten mal gucken, was er macht mal gucken, was er macht mal gucken, was hier überhaupt passiert er macht gar nichts also, Dorge stimmt, er braucht eigentlich kein Labrikant ist ja ne Bedrock ät ja, aber er steht ja oben Labrikant und deswegen hab ich mich gewundert ja, als Interface haben sie nicht umprogrammiert nein, ich geht's nicht wahrscheinlich, weil das die so extrem ist, oder? ne, Input, Output so, jetzt jetzt müssen wir nur auf Speed umstellen ich betreibe gerade nur die erste und die läuft immer noch nicht ja, warte mal, ne ok die Umdrehungen haben wir jetzt ja, die müssen jetzt nochmal laufen ja, läuft jetzt kannst du die anderen dazuschalten das geht wir laufen alle drei, siehste wir laufen alle drei, siehste? wir laufen alle drei, und die produzieren uns jetzt ein gewisses Zeugs genau, da kann man dann ein bisschen Gas geben, ne Gas geben dann müssen wir schneller produzieren, ja schneller produzieren zweiter Produktionsprozess ach, nur 22 Dollar, da wäre eigentlich gut extra Watch ne 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 so, da bekommen wir nämlich ins Richt er ist und aus dem Blad wird dann wieder ein Richt ja, Deplete ne, das ist Deplete, da kannst du ja nichts machen ja, das tut er ja selber glaub ich aus dem Plated stellt er wieder Richtschuss her so wie ich das verstehe nein, du kriegst 2 Outputs 2 ja, du kriegst 2 Outputs ne gut, wir brauchen halt auf jeden Fall viel von dem in Richt ja, die ist, äh, die Pleite, äh, Uranium, das war ja dafür da, um, äh, den Anzug und so zu bauen haben wir diesen Anzug gebraucht wird man nicht sterben gibt es eigentlich unsere Kühlflüssigkeit? ja, die wird jetzt wohl ein bisschen sinken, glaube ich ja, wir haben 5,4 5,4 mal gucken, ob sie sinkt oder steigt ja, doch 5,4 war Mama wie war, läuft da das? diese ganze Riesenproduktionsanlage 4 Plus Mama Kostner Plus okay, läuft viel weniger aber Plus na, dann passt zur Not dauert sowieso ewig ja, man, ja ja sieh die Zahl, ja mhm wie viel brauchen wir jetzt von diesen Depleted Oran? mal minus 4, damit man das Vorstink zusammenkriegen, ist klar damit man die zusammen machen kann, ähm aber wir brauchen ja für diesen, wie heißen das Zeug, für diesen Ring, ähm Absorber, zum Beispiel so, pro Absorber brauchen wir vier Depleted Oran zum Beispiel pro Absorber Block Wart mal, Absorber 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 Fuel Planes also Fuel die linken da, das sind ja diese Fuel Pellets genau Fuel Pellets, die brauchen wir für Waren das sind jetzt Oranium Fuel Pellets die müssen wir ja irgendwie in den Reaktor Oranium Fuel Pellets, die brauchen wir darum, um Osteuterium letztendlich Stritium zu machen, wiederum in zwei Maschinen das ist alles okay, das ist ja da, wo du den Reaktor brauchst, der den anderen beschießt nein, ja, das ist das Zeug genau, und dadurch irgendwie die chemische Reaktion, das dann machst du irgendwie so, das heißt letztendlich, wir sind schon relativ weit, wir brauchen jetzt ein Fuel Core und ein Neutron Irrationschember ja, ich schalte mal hier die Produktion ein bisschen runter so schnell kannst du es eh nicht laufen, derweil wer macht was, wer will was kraften ähm, wie heißt das Fuel, äh, Fuel Fuel Core F-U-E-L Fuel, Fuel Fuel das geht so ist krank, was du hier an Dings brauchst, ich wünsche dir dann viel Spaß, das alles umzubauen du machst ja wohl mit ich, ich mach gar nix mit was du sagst sagt er immer, am Ende macht er trotzdem mit wenn du mal trotzdem wieder alles alleine zu ist, weil du nix machst das geht auch nicht so ich hab dann mal den Bloc, den anderen ich hab gar nix, hier macht das schon hm da schau mal der Vorbau an, wie es aussieht, ey Vielen Dank.